Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X. Wir haben unsere erste Bestia, den Valvaris. Und wollen jetzt zum Schiff runter. Hier steht schon wieder ein Speicherpunkt. Um nach Luca zu fahren, glaub ich, war das. Schon wieder so ein Vieh? Der Vogel ist blind. Sehe ich irgendwo, wie viel Schaden das kriegt? Ach ja, genau. Genau, reicht den Vogel mit dem Stäbchen an. Und ich möchte ihn nochmal austauschen. Trifft er ihn, oder? Oh ja, tut er. Hm. Warum hat er mir eigentlich eben angezeigt, wie viel Leben das Vieh hat, oder so? Was mache ich denn da rechts? Ich kann da runter scrollen. Okay. Nein, ich will nicht auf mich. Ich glaube, da war vorne eine Lebensanzeige. Guck mal hier, äh... Oh, das tat weh. Nochmal den Glitz. Warum werde ich eigentlich chill von so einem scheiß Vieh hier belästigt? Direkt am Anfang. Meine Güte. Ein Binnenschild mal wieder. Fällt mir ein. Ähm... Wo wollte ich mit ihm hin? Genau, ich wollte da hoch. Heißt, ich muss... Warte, wie kann ich nochmal die Teile setzen? Nein! Nein! Stopp! Ah, okay. Benutzen. Dann bin ich zu weit weg, wa? Wenn ich um eins... Hm... Ich springe da direkt hin, glaube ich. Oder hier, hier unten. Kann ich von da eigentlich noch was benutzen, wenn ich ganz viel Runde bin hab? Ich hab's vergessen. Ich geh jetzt erstmal da hin, sicherheitshalber. Und benutzen kann ich jetzt hier... Wer ist es für da? Okay. Geschick annehmen. Okay, das kostet keine Sphero Level, wenn ich was benutzen muss. Angriffskraft steigern. Da kann man die nochmal steigern. Dann bewegen wir uns doch gleich nochmal hier runter. Genau. Und... Geschick, Treffer und Reflex. Ach, das ist Treffer. Ich hab mich voll verguckt. Ach was, ich... Bewege dich doch nicht so kacke. Dann sind wir ja bald hier oben bei... Und tschüss. Weil ich glaube, wir brauchen diese Fähigkeit, damit wir fliehen können. Ähm... Nein, warte. Wechsel. Genau. Oh, da hat die ja schon was. Oh nein. Die sind alle hier. Alle... Ihr könnt doch nicht alle hier sein. Das ist... Dragonic-Zeugs. Gibt das nicht eher zum... Ronzo da? Kimari? Wacka? Wacka? Stummi? Ich weiß ja, dass man alle in die gleiche... Äh, sogar jeden, jedes Teil skillen kann. Ja? Aber... Oh, Ex was? Ex foi. War das jetzt, äh, positiv oder negativ? Engel... Okay, ich glaube, Yuna muss hier runter. Zum Zaubern. B... Ability Beten wird erlernt. Wir müssen das Beten lernen. Bieter, Medica, hier muss Yuna hin. Oh, ich hab... Die hat das doch schon, oder? Ist, glaube ich, schon markiert sogar. Melu hat das hier drüben... Wahrscheinlich soll die noch hier unten, oder? So, abwehren... Nein, die braucht ein größeres Feld. Ja! Feuera, Blitzera, Wassera, genau. Da unten ist Lulu hin. Und was mit Wacka? Hat der hier? Der kann doch nicht hier bleiben. Yuna und Co. haben keine Sphero-Level. Ich kann nur mit Wacka was machen. Ja gut, dann bringt mir das ja gar nichts nachzugucken gerade. Ja, ja. Dann ein Stückchen weiter. Ah, hier ist es wieder ein Vogel. Das ist okay. Äh... Dingo? Condor-Geyer? Und... Wasserpudding. So geht das. Ah, jetzt haben sie doch Sphero-Level. Ach, mach mal wann anders. Wir wollen Action. Und nicht immer nur so jämmerliche Bieste da. Wieso, ich muss hier und da, okay. Äh, ja. Hier. Speichern! Ehm... 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 Mach's gut, bring mir was Feines mit. Satz kommt mir irgendwie bekannt vor. Juna, bitte vergiss uns nicht. Hab ich das richtig gelesen? Nicht so schnell, Mann. Bleib doch. Ich darf nicht mehr mit den Leuten reden hier. Kiste hinten hat das geöffnet oder was, ne? Oder nicht? Wird schon passen. Oh Mann, ich wollte doch noch so viel sagen. Ja. Aber wenn ich Juna so sehe, fehlen mir einfach die Worte. Das Meer ist voller Monster. Gibt das bitte Juna. Eta erhalten. Ach gut. Ich wusste immer, dass dieser Tag einmal kommen würde. Reiset wohl. Möge Jebon mit euch sein. Nehmet dies als Geschenk. Ein altes Stück aus dem Tempel. Ein Reiserin. Ich werde nicht weinen. Nein, niemals. Sie geht also wirklich. Ein Abschiedsgeschenk von uns allen im Dorf. 400 Gil. Geil, dass wir mal ein Snickers kaufen oder so. Ich bin auch brav. Ich verspreche es. Hier, nimm das hier mit. Papi, mein Tuch zum Abschied. Ein Alren. Sag mal, wohin fahrt ihr mit dem Schifflein? Äh, weg. Ins Wasser. Sag mal, wohin fahrt ihr mit dem Schifflein? Goodbye. Goodbye. Wir fahren schon wieder. Porta Kilika. Das ist auch so ein Spielkind. Das ist auch so ein Spielkind. Okay, bevor wir zu denen gehen, wieder erkunden. Darf ich das Ding nochmal haben? Ich glaube nicht. Vogel! Ein Vogel! Wie muss ich es machen? Ähm, man kann hier reingehen. Ist das der Käpt'n? Sonst hätte er eine riesige Unterhose an. Oder Windeln. Windeln über der Hose. Irgendwie sowas. Kommen gegen Abend in Kilika an. So lange kannst du ja ein Nickerchen machen. Kann ich? Bin ich nicht. Was für ein schönes Wetter. Die Seeluft wird uns bestimmt guttun. Hier in der Kammer kriegst du Seeluft ab? Ja gut, ich weiß nicht, ob hier Fenster sind oder so. Ich hoffe, dass da keine Fenster sind, wenn der da wirklich eine Windel um hat oder so. Das ist für ihn das. Oh, das ist das faszinierende Kleine. Ja! Falsch! Falsch! Diese werden nicht verkaufen. Alle meine Namen nicht Awaka. Sie sehen, dass du sehr viel Geld hast. Ich habe keine Ahnung mit ihm. Ich habe keine Ahnung mit ihm. Wer sind Sie? Awaka, der 23rd. Merchant extraordinaire. Awaka, der wer? Ich weiß nicht. Du kennst mich? Na ja, nicht viele. Noch nicht. Noch nicht. Ich will kurz hier speichern nochmal. Ich will nämlich jetzt nicht irgendwie... Ich will mich erstmal umsehen oder so. Ach, die Blume. Aha. Ein Allheilmittel. Bist du? Botz. Erks. Mir ist schlecht. Ich bin seekrank. Äh, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Koffer. Po schnall. Ernsthaft? Tritt nochmal gegen. Hahaha. Nochmal. Yay. Hahaha. Lalalalalalalalalalalala. Ich mag diesen Koffer. Er ist so schön. Wie ist das jetzt die ganze Zeit so? Irgendwann muss er auch leer sein. Awww. Ich hätte nichts sagen dürfen. Okay, boah. Dem ist doch total schlecht. Und wenn ich den so angucke, wird mir auch schlecht. Deswegen guck ich weg. Du guckst genau hin. Du guckst nur hinter die Gardinen hier. Ja. Kein Koffertreten mehr. Schade. Ähm, da hinten. Dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Warum klicke ich denn immer alles weg? Egal. Okay. Ähm, hier. Ein Schild mit der Aufschrift Antriebsraum. Wo ist denn da ein Schild? Hahaha. W-What the heck is that? W-What the heck is what? What is this place? The power room. Like it says on the door. Chocobos. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are chocobos? What? You've never seen a chocobo? What kind of backwater island is this place? Where did you come from, anyway? Hm. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Ich mag Chocobos. Tun mir aber irgendwie leid. Was ist dieser Chocobo-Song-Dings? Guck mal. Band 3. Haben wir Band 2 übersehen oder hatten wir das schon? Ich glaube, wir haben Band 2 übersehen. Bortschritte in ein Bett gemacht. Zieh mal am Hebel. Hm. Ich komm nicht raus. Okay. Oh nein, noch nicht zu denen. Oh. 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 Einmal, ich will spielen. Was? Er schüttelt nur den Kopf, er will nicht mit uns reden. Okay. Ich darf nicht zu ihr hin. Kann ich jetzt spielen oder so? Ich weiß nicht ganz, was ich tun soll. Können wir mit ihm reden? So, ist Yuna's father famous or something? Sie ist die Mutter von High Summoner Brasca. Sie sehen ihre Statue in dem Tempel. Lord Brasca hat Sinn zehn Jahre altes Jahren verletzt. Yuna ist die Erre zu einer großartigen Legasie. Es ist schwer, wenn dein Vater bekannt ist. Huh? Walker ist ein bisschen lacking in der Imagination. Huh? Haha, danke, Lulu. Ich habe das in der Augen. Okay. Mist, ich werde mich anstrengen. Hoffentlich. Okay. Jetzt bin echt gut. Ja. Dann bin ich in der Erde und ich habe den Gaslight. Hauptsache, drängte ich, Christer. Aber du bist dabei. Du bist etwas gleich. Aber du bist Baby! Der Wind ist schön. Du bist ein Blitzballer, nicht wahr? Von Zanarkin, nicht wahr? Du hörst das von Waka? Mhm. Waka. Waka hat mich überhaupt nicht glaubt. Aber ich glaub dich. Huh? Ich habe gehört, in Zanarkin, und da ist ein großartiges Stadium, all lit up, even at night. Great Blitzball tournaments sind da, und die Stands sind immer voll. Wie wissen Sie das? Ein Mann namens Jekt hat mir gesagt. Er war mein Vater's guardian. Jekt. Jekt. Mein Vater. Sein Name ist Jekt. Amazing! Hm. You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man, he died. Ten years ago, off the coast of Zanarkin. I'm sorry. He went out to see for training one day, and never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jekt came to Spira. But... It's true, I first met Jekt ten years and three months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? The... The... Yeah, but... how would he get here? You're here? You're here? Are you not? You're here. I got, Oh... The moon came out. Ich weiß nicht. ZEN! 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 What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. ZEN is going for Kilika. We got to distract it! Our families are in Kilika. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh boy! ZEN! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schöne, diese Viecher. Oh Mann. Wenn man alle anfeuern... Ich würde aber sagen, dass wir diesen Kampf mit Sinn in der nächsten Folge austragen werden. Bis dahin.